Grüße, eine Runde Rocket League und ich habe mal gewählt Schneefrei. Mal gucken mal was da Phase ist und auf geht's. Wir suchen mal ein Match. So, die Suche läuft. Ich habe eine Mütze auf dem Auto und eine Zuckerstange hinten dran. Mal gucken, was passiert. So. Ja, ja. Oh, jetzt geht es gleich los. Okay, jetzt geht es gleich los. Ja, nice. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh, jetzt haben wir heute gelandet. Das ist wie Wasser hier. Na los, kommt letzter Spieler hier. Na ja, dann hopp. Und los geht's. Jawoll. Schneefrei. Ach so, Hockey. Außer cool. Ha, ist ja geil. Nein, Hockey. Das ist auch nicht schlecht. Oh nein. Nein. Na ja, ich ist falsch los gewesen. Da habe ich aber schon ein bisschen reingeschossen irgendwie. Wir müssen das Orangene wählen. Okay. Oh Mann. Wo ist er denn? Der Hockey hier oben. Nein, mach dich Macker. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, wow, wow. Weg da, weg da. Und los. Oh Leute. Wo ist er denn? Hier vorne. Uh. Oh, wo ist er denn? Der Hockey? Pfff. Er klebt an der Wand oder was? Ist ja nice. Ach, hier vorne ist er. Oh, da fliegt er da hin. Und er fliegt und fliegt und fliegt und. Was? Ja, ja. Weiter geht's. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Irgendwo über mir. Ah, hier vorne ist er. Nein. Ist auch nicht schlecht mit dem Hockey. Haha. Ist ja mal nice. Dobo. Nein. Verdammt. Dobo, äh, Trophäe erhalten. Nicht schlecht. Hm. Eigentlich habe ich schon nicht so geschossen. Aber gut, okay. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war noch jemand anderes mit dran. Und, jawoll. Und ich habe, ähm, mal richtig schön ran geknallt. Wo ist es denn jetzt? Der Hockey. Nein, 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 nein. Und? Ah, verdammt. Da haut er wieder ab, der Hockey. Los, wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein, nicht, nicht da vorne hin. Nein, geht weg. Haut ab. Und? Oh, verdammt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Mach dich im Acker hier. Jeder will den Hockey haben. Jeder will den... Oh, jawoll. Ein Tor. Nice. Haha. Eins zu zwei für uns. Wuuu. Äh, nee, nicht für uns. Noch drei Minuten Spielzeit und wir schauen, was passiert hier. Und, jawoll. Ich habe richtig schön ran geschossen. Und wo ist er mein... Wo ist der Hockey hier hin? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich bin der... Ich bin der Deckenfahrer hier. Und ich prall runter. Ich glaube, ich kann bei der Decke mal runter gehen langsam. Pfff. Nein. Nein. Er schwindet. Haha. So nice das Game eh. Oh, ist er da weg. Verdammt. Ich habe ihn kurz berührt. Ich habe ihn kurz berührt. Kurz berührt. Wo ist er denn? Vorne ist er. Oh, wo wo wo? Da macht er dann... Macht er hoch. Und... Nein, nein, nein. Zerprallt. Äh, ja. Hm. Zerprallt. Ist egal wie. Pfff. Mach dich wager. Nein. Oh, verdammt, ey. Schade. Dann ist es schlimm. Pfff. Und Action. Los, los, los. Und los geht's. Jawoll. Und... Bing. Nein. Das war zwar schön, aber... Naja. Pfff. Oh, nein. Wieder zusammengeprallt. Gibt's ja wohl nicht. Sag dir mal leider. Jetzt... Aber jetzt... Hopp. Ich will auch mal ein Tor. Naja, gut. Das ist Glückssache, sagen wir mal so. Wo ist der Hockey? Jo, hier. Oh, jetzt habe ich ihn aber schön vom her geschoben, ein Stückchen, ne? Vorne ist er. Naja, das... Aber ich habe letztes Mal noch ein Tor geschossen, aber das war, ähm... Ich denke mal wieder Zufall, also... Weil, äh... Ich bin da jetzt hier kein, ähm... Held... Im Tor schießen, aber... Irgendwie hatte ich halt aus Versehen einmal und dann war ein Tor entstanden. Ist auch nicht schlecht. Ist halt, wie es ist. Oh, nein! Ich wollte es verhindern, aber... Es hat nicht geklappt. Ja, stimmt. Ich habe es gesehen. Er hat dran geschossen. Ich wollte es verhindern. Naja, dann war es zu spät. Pfff. Und die letzte... Minute ist fast angebrochen. Und wieder Zerstörung. Po hier. Boah, und die Zuschauer jubeln. Und... Ei, 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 ei... Und wo ist er jetzt? Nach einer Minute Spielzeit. Hm... Ich finde es mit dem Hockey aber auch nicht schlecht, ne? Weil da... Nein! Weil der rollt nicht so schnell fort. Obwohl das auch, ähm... Ja, man muss schon auch hinterher geiern. Die letzten 40 Minuten... Äh, Sekunden meine ich. Minuten. Okay, wo bist du? Wo bist du? Ähm, ja, wo ist er denn? Hier unten. 30 Sekunden. Und ich habe getroffen. Aber nein! Nicht da vorne hinrollen! Nein! Verschwinde hier von diesem Tor! Verschwinde! Oh nein! Ist der Hit! Das ist der Hit, ey! Geh, mach euch vom Acker hier los! Geh von weg hier, Mann! Mach dich vom Acker hier, Leute! Die letzten Sekunden und es... Oh, schade. Und ich habe verloren. Oh, ich habe ein neues, ähm... Ja, Dachaufsatz freigeschalten. Bis zum nächsten Mal bei.